herzlich willkommen zu einer neuen folge von ganz normal vegan heute zu gast las das ist schön dass du dir die zeit nimmst weil ich weiß dass du gerade sehr in action ist und wir haben ein bisschen schauen müssen dass wir den termin heute zustande gekriegt haben aber dazu gleich noch mal mehr so viel kann ich schon mal dieser der ein oder andere von euch wird die stimme auf alle fälle kennen aber auch darin war gleich noch erst mal schön dass du da bist nochmals ganz herzlich willkommen ja vielen dank dass ich da sein darf freue mich sehr schön las auch wenn viele dich kennen wir fangen mit dem fragebogen an wo wohnst du ich wohne in krefeld in nordrhein-westfalen in deutschland okay ich kenne alter 34 1 halb okay familienstand du weißt da geht es immer um die wohnsituation ich bin ich wohne mit meiner freundin jesse in krefeld zusammen okay genau beruf da wird ich versuche es wenn jemand nicht so viel zeit hat immer zusammenzufassen ich bin geschichtenerzähler genauer aufgesplittet bin ich schauspieler aber vor allem synchron sprecher dialogregisseur oder synchronregisseur das heißt ich mache regie fürs mikrofon fotograf filmemacher und aktivist ungefähr ungefähr in dieser reihenfolge ich hoffe ich habe nichts vergessen also ich kann dir schon zeigen ich habe eine besonders große tasse tee dabei denn das wird glaube ich ein längeres gespräch du hast so unheimlich viel gemacht bleibt dann noch zeit für hobbys auf jeden fall muss mittlerweile ich musste daran arbeiten ehrlich gesagt aber ja okay verrätst du uns was du gerne machst in deiner freizeit ich liebe kochen ich habe mir die angewohnheit ich habe es mir zur gewohnheit gemacht einige meiner hobbys zum beruf zu machen das hat ein bisschen schwer gemacht aber jetzt gerade liebe ich kochen ich liebe bouldern also klettern ohne seil aber nicht so hoch ich habe mich eigentlich höhenangst und ich ja ich liebe rollenspiel spielen also vor allem so fantasy manche leute kennen vielleicht noch das schwarze auge oder sowas dungeons and dragons das habe ich in meiner kindheit gemacht und habe es jetzt in vor ein paar jahren wieder aufgenommen und liebe es mit freunden um tisch rumzusitzen und auch da geschichten zu erzählen ich bin voll nerd aber es klingt total spannend und ich kann mich an das schwarze auge noch erinnern das waren damals auch schon diese diese bücher aber es gab es im buchformat auch wo man dann weiter und man entscheiden musste wie es weitergeht genau es ist ein großes thema und ich liebe es sehr und freue mich sehr dass gerade in zeiten wo sehr viele dinge über bildschirme funktionieren dass man sich noch zusammensetzen und geschichten erzählen kann das ist wohl wahr wenn du gerne kochst was ist dein leibgericht ich bin mit einer restaurantbesitzerin zusammen das macht sehr schwierig ein leibgericht zu sagen vor allem weil ich von ihr noch mal viel übers kochen gelernt habe und seitdem ich vegan bin ist das super schwer früher hätte ich immer gesagt pizza oder kartoffelpfannkuchen oder reibekuchen wie sie hier im rheinland heißen oder kartoffelpuffer wie sie woanders heißen aber mittlerweile ist es so viel ich liebe nudeln alles was mit nudeln zu tun hat ich liebe alles was mit kartoffeln zu tun hat ich liebe burritos ich liebe teig leider lieben teig und weizen total gerne aber da versuche ich gerade so ein bisschen zu reduzieren aber ich seitdem ich bekam ist es ist fast alles lecker okay aber dann müssen wir vielleicht in deinem fall so ein bisschen splitten jetzt hast du ja schon gesagt du wirst wahrscheinlich dann ganz gut auch versorgt aber du kochst ja auch gerne selber was ist dann dein leibgericht wenn du selber kochst okay also ich muss klarifizieren ich wenn wir zu hause sind koche ich meistens also jesse kocht auch hervorragend und besser als ich aber ich koche meistens in der tat ich koche auch da es ist so tagesform abhängig und launen abhängig was ich aber sagen kann was jeden tag bei uns was auf den tisch kommt ist hirsebrei oder haferbrei zum frühstück mit einem arsch voll obst dabei und zimt und nussmus und angeröstetem buchweizen wenn wir können wenn wir die zeit haben und all solchen sachen also so ein sehr luxuriöser gigantischer haferbrei am morgen gehört eigentlich zur tagesroutine und das liebe ich auch ja kann ich sehr sehr gut verstehen also das habe ich jetzt auch für mich entdeckt durch porridge früher immer so gedacht habe was was haferschleim haferschleim genau das kriegen kranke leute ja aber mittlerweile gehe ich manchmal auch abends ins bett und freue mich dann schon aufs frühstück von volle kann ich liebe haferbrei sehr und ich liebe im moment die kombination dann birne und zimt damit drin das ist wirklich so eine kombi gestern apfelbirne und eine dattel einfach als kompott eingekocht und dann über den haferbrei mit zimt sehr zu empfehlen so ein heißer haferbrei mit zimt und so heiß im kompott super geil und und zucker also mittlerweile mache ich nicht mal mehr zucker rein sondern nur rosinen zum ich koche einfach die rosinen mit ja mega geil und man entwöhnt sich so ein bisschen vom zucker und wenn man die die datteln klein gemacht damit rein macht dann ist es süß genug auf alle fälle auf jeden fall wie lange lebst du schon vegan jetzt sind es werden es langsam neun jahre ungefähr 2012 hat es angefangen ich sag mal 2013 würde ich sagen war so konnte ich mir das label vegan auf die stirn kleben ungefähr aber es ist ja ein fließender prozess wo fängt vegan an woher vegan auf da reden wir gleich auf alle fälle drüber vorher die abschlussfrage des fragebungs welches klischee welches vorurteil gegenüber vegan lebenden menschen nervt dich am meisten ich glaube dass sie nerven ich glaube das nervt mich am meisten weil es mich sehr hart nervt dass wir immer noch in einer welt leben wo es so viel unbewusste verhaltensweisen gibt und wo man durch die straßen geht und sieht wie viel konsum und wie viel leid bestehen und wenn dann die vegan menschen als nervig angeschwärzt werden dann finde ich das hoch unpassend und dann habe ich auch manchmal ein bisschen fuchsig muss ich sagen ja vor allen dingen ist es oftmals so dass gerade die vegan lebenden menschen auch auf familien feiern also gar nicht diejenigen sind die das ganze thematisieren die wollen in ruhe meist ihr selbst mitgebrachtes essen einfach essen und von außen geht es dann los wegen ja warum machst du das denn und sofort bist du eigentlich in der verteidigungshaltung das macht natürlich überhaupt keinen sinn ja ich habe meistens ist es so ich fange die unterhaltung über veganismus nicht an aber ich beende sie meistens irgendwann kommt da das argument wo keiner mehr bock hat okay also schon durch eine längere diskussion dass du schon versuchst mit argumenten zu kommen oder dass du sagst leute ich hab da jetzt keinen bock drüber zu reden also ich sag mal dass das kann sich sehr ziehen je nachdem wie sehr die situation passt oder wie sehr ich bock drauf habe kann es halt eine sehr lange diskussion werden wenn ich das gefühl okay da ist irgendwie was zu erreichen da ist ein echtes gespräch oder ich binde halt ein thema mit einem satz ab keine ahnung wenn jemand sagt warum ist denn das warum musst du das denn so extrem machen ist schon extrem jetzt also mit hafermilch und kein käse und so sage ich habe halt einfach überhaupt keinen bock auf alter in meiner milch brech abgebunden fertig das ist das thema durch wenn die leute nachfragen mit alter dann erkläre ich das sehr gerne aber mit solchen sätzen kann man ein gespräch sehr schnell beenden wenn die leute gerade selber am essen sind und ihren käse essen jetzt fließende möglichkeiten und taktiken wie man gespräche navigieren kann ja gut ich glaube da gibt es einige sachen die so unschön sind dass wir wenn wir die alle auspacken würden dann würden die meisten aufhören zu essen auf jeden fall auf jeden fall ich hatte immer mal die idee es gibt in münster so eine restaurant meile gegenüber ist eine alte industrie brache man müsste eigentlich mit dem projektor erst links auf auf die mauerwand darauf projizieren mit dicken lautsprechern einmal über den hafen also da ist noch nichts mit planung aber ich noch nicht weil die lautsprechers braucht davon die bilder ja das reicht schon genau wenn man das sieht dann ist eigentlich fängt man eigentlich an oder sollte man eigentlich anfangen darüber nachzudenken ob das wohl alles richtig sein kann ja wie ging es denn bei dir los wann hast du dir gedanken darüber gemacht dass das so wie wir es betreiben eigentlich nicht richtig sein kann ich habe sehr lange sehr leidenschaftlich fleisch gegessen auf jeden fall so 25 jahre lang ungefähr und meine ganze familie muss man dazu sagen leben vegetarisch und das schon seit meiner kindheit und ich war immer so das fleischesser kind und deswegen finde ich es immer sehr lustig wenn leute sagen ich könnte ja nie nie vegan leben weil das ist genau das was ich früher auch immer gesagt habe und dann meine meine ex partnerin meine frau damals die hat im die war schon vegetarisch und hat immer gesagt musst du immer das billige putenfleisch bei aldi kaufen weil ich habe immer dieses schöne kilo fleisch für fünf euro bei aldi gekauft das gute fleisch und da ging es so ein bisschen los dass es mir ins gewissen ging und irgendwann habe ich ich glaube irgendwo bei arte mal eine doku gesehen über griechenland wo ich gesehen habe wie einer ziege lebendig die kehle durchgeschnitten wurde und die dann ausgeblutet ist und dieses man das hat mich ziemlich erwischt und dann habe ich irgendwann so drei drei minuten earthlings gesehen vielleicht und habe gesagt okay ich weiß nicht ob ich noch fleisch essen will und dann bin ich auf den den knaller gestoßen in meinem fall auf einen vortrag bei youtube von dem amerikanischen arzt dr richard oppenländer und 2012 oder 2010 oder so war der vortrag der geht anderthalb stunden und er drehte sich darum wie unser konsum eigentlich mit der umwelt zusammenhängt er hat ethik nur so leicht angeschnitten aber er hat vor allem gezeigt was macht eigentlich unser konsum mit der umwelt und wie das alles zusammenhängt und das hat mich so getroffen weil ich dachte ich bin doch irgendwie ich bin doch umweltschützer und ich freue mich doch immer irgendwie was für die umwelt zu tun aber pustekuchen am arsch ich habe gar nichts gemacht und dann habe ich in dem moment entschieden okay ich kann das auf gar keinen fall noch mal machen habe irgendwie noch eine grillpfanne aus der tiefkultur aufgetaute und aufgegessen und dann gesagt okay das war's wir müssen jetzt vegan werden aber das ist das ist ja das wahnsinnig interessante auch wenn du siehst du vorher diese diskussion dass ja ich natürlich schmeiße ich keine plastikflasche ins meer natürlich habe ich keine ohrenstäbchen die aus plastik sind aber wenn du dann wirklich mal sie ist was das im verhältnis ist zu fischen das ist so ein krasser unterschied und da sind wir dann bei der ernährung bei der umwelt ja total ach das ist irre weil wir so viele kampagnen jetzt haben wie wir co2 emissionen reduzieren können und so und ich da immer denke ja leute aber kann also hört mir bitte auf mit irgendwie nachhaltig gefischt im fisch und so bei edeka gibt es fisch vom feld aus schwarzwurzel das schmeckt fast genauso wie ein fischstäbchen und man muss einfach gar nichts dafür fangen und das ist halt großartig ist es gerade jetzt irgendwie neun der jahre oder was es ist nachdem ich vegan geworden bin hat sich die welt noch mal so sehr veganisiert und die auswahlmöglichkeiten haben sich so verbessert und das ist so viel mehr im mittelpunkt der gesellschaft angekommen zumindest ich sag mal im städtischen bereich das ist einfach überhaupt keine ausrede mehr gibt es nicht zu machen so es ist so einfach geworden und dadurch dass man sich auch alles online bestellen kann selbst ländlich kriegst du alles was du brauchst du musst es nur bestellen absolut absolut aber mit deiner freundin ihr habt da damals schon zusammen gelebt ich habe mit meiner frau damals zusammen gelebt wir sind jetzt seit anfang des jahres getrennt aber bei uns ist alles cool und die nicole ist auch eine großartige aktivistin und wir haben damals zusammen gelebt genau waren 13 jahre zusammen und haben da auch so gemeinsam diesen diesen umstellungsprozess auf veganismus dann gemeinsam gemacht das hat ungefähr wie gesagt ein jahr gedauert werden zwischendurch rückschläge wo werden gesagt haben wir essen jetzt pizza wir haben keinen bock mehr auf diesen ganzen vegan kram wir hatten damals attila hildmanns vegan for fit und da war so viel schi schi drin ich sag mal so die attila hildmann diät man immer mit mandelmus alles war mit mandelmus es war alles arsch teuer und dann gab es irgendwie küche die uns nicht so gemundet hat sage ich jetzt mal dezent wir haben irre viel weggeschmissen was wir sonst nie gemacht haben und dann haben wir irgendwann gesagt kommen wir essen jetzt pizza aber zu dem zeitpunkt waren wir schon so lange vegan dass uns der käse nicht mehr geschmeckt hat und dann haben wir dann wollen wir die pizza nicht essen insofern und zwar definitiv einen prozess und wir haben auch viele fehler gemacht und viele rückschläge gehabt und so aber der grund dahinter warum wir das machen wollten war so stark da muss ich auch recht sagen ich habe noch nie noch nie in meinem ganzen leben eine entscheidung so sehr gewollt wie das also ich war noch nie so konsequent in meinem ganzen leben ich bin eigentlich ein relativ inkonsequenter typ immer gewesen habe viele sachen nicht durchgezogen viele projekte nicht abgeschlossen aber bei veganismus war das einfach nie eine frage auch wenn ich gesagt habe okay shit jetzt war hier aus versehen bei gelatine drin okay aber es gab halt nie einen weg zurück und da ich bin auch heute noch so dankbar dass ich diese entscheidung treffen durfte dass ich diese informationen bekommen haben deswegen ja es ist halt für aber da wollte ich gerade noch mal ein bisschen drauf zurück als ihr dann damals ich meine sie war ja vegetarisch unterwegs entschlossen du ist kein fleisch mehr was war dann der nächste schritt zu sagen so wir verzichten aber auch auf die milchprodukte und auf die eier das war in der tat dieser vortrag den ich gesehen habe weil da so viel auch gezeigt wurde was ist eigentlich eben auch mit fisch mit der fischindustrie was ist mit der milchindustrie wo die kühe ja noch länger leben letztendlich als in der fleischindustrie und dadurch noch länger co2 produzieren und letztendlich dadurch fing auch so der erste recherche prozess an und sobald man einmal die tür aufmacht und schaut was passiert denn für die industrie was passiert denn für die milchindustrie war einfach keine frage dass wir dass wir da weitergehen das genau das was ich in der letzten folge erzählt habe dass als ich damit angefangen habe mich damit auseinanderzusetzen wenn du du siehst den ersten film und denkst das kann alles nicht wahr sein und siehst den nächsten und auf einmal setzen sich puzzleteile zusammen das ist das interessante das ja wie es den menschen allgemein auf der welt geht wie es der umwelt geht und wie es den tieren geht und wie es uns geht dass das alles in verbindung steht auf jeden fall und das ist finde ich auch einen unglaublich ermutigender gedanke beim veganismus selbst aber auch bei gesprächen über veganismus alle antworten sind da also es gibt melanie joy sagt es so schön veganismus ist nicht die einzige lösung für unsere umweltprobleme aber kein umweltproblem keine lösung für unsere umweltprobleme ist komplett ohne veganismus und das ist finde ich genau das du kannst den leuten kommen mit gesundheitlichen gründen mit geschmacklichen gründen mit humanitären gründen die auf den runterfallen die mir auch sehr wichtig sind mit umweltgründen mit also allem gesundheit alles und wenn man sich lange genug damit beschäftigt sieht man eben auch all diese verschiedenen aspekte und wie einfach es dann doch ist einfach nur was anderes zu kaufen wir leben in der unglaublich privilegierten welt und unglaublich privilegierten gesellschaft wo wir hier auf jeden fall in deutschland müssen nicht mal auf die straße gehen damit wir vegan werden dürfen klar müssen wir auf die straße gehen damit noch mehr vegane menschen vegan werden aber wir müssen nicht auf die straße gehen oder für irgendwas kämpfen oder riskieren gefängnis dafür dass wir vegan werden dürfen wir dürfen es einfach wir können es einfach machen wir müssen nur in einem supermarktregal in eine andere schachtel greifen und das ist halt die sie also ganz ehrlich das ist wirklich easy es ist erst mal eine herausforderung aber es ist nicht schwer und da ist natürlich in den letzten neun jahren du hast das gerade schon angesprochen wahnsinnig viel passiert das muss man ja einfach mal so sagen kannst du dich noch daran erinnern als du angefangen hast damals vor neun jahren das ist noch nicht so lange her aber wir hatten kurz bevor die dampfmaschine erfunden wir haben wir haben es war einfach ein bisschen anders insofern dass es noch viel weniger milchsorten gab oder pflanzen trink sorten es die soja milch zum beispiel schmeckte viel schlechter es gab weniger deutlich weniger fleischersatz produkte viel weniger käse ersatz auch schlechteren käse oder pflanzlichen käse ist ja kein ersatz ist es die lösung insofern so ich sag mal gerade produkte die tierische produkte ersetzt haben gab es weniger und die dies gab waren generell noch nicht so qualitativ berauschend aber es war auch schon da also es ging trotzdem aber jetzt wurde ja wirklich ich habe sie noch nicht probiert von alpro diese diese not milk gibt die wirklich wie milch schmecken soll ich habe keine ahnung ich traue mich nicht ich habe keinen bock auf den geschmack von milch mehr aber ich kann dir nur sagen ich war erschrocken also definitiv gesagt im ersten moment original tasting von milch im abgang tasting von milch aber zwischendurch hafer aber ich sag jetzt einfach mal wenn du das über die haferflocken gießt schmeckst du original keinen unterschied mehr ja und das ist das ding also auch wie weit der markt sich entwickelt wir sind gerade jetzt glaube ich ja noch mal an der schwelle zu einer sehr spannenden zeit weil es zum einen immer mehr große firmen gibt die das aufgreifen rügenwalder zum beispiel die ich früher super hart kritisiert habe dafür dass sie pflanzliche produkte gemacht haben aber die konsequenter als viele andere große firmen ihre ihre sortimente umstellen auf rein pflanzlich die haben jetzt gerade wieder ihre frikadellen von vegetarisch auf vegan umgestellt oder beyond meat die zum beispiel immer mehr auf den markt bringen und dadurch auch dieser preiskampf der wundervolle kapitalistische preiskampf der dann dazu führt dass immer mehr produkte auf den markt kommen das ist super oder in spanien und in israel gibt es gerade firmen die fleisch auspflanzen 3d drucken so dass man jetzt auch daran arbeitet steaks wirklich in ihrer konsistenz herzustellen und das ist zum einen spannend und zum anderen das ist natürlich noch mal ganz eigenes thema und eigentlich technisch gesehen nicht rein pflanzlich aber definitionstechnisch kann man es als veganer sehen ist kulturfleisch oder laborfleisch oder labormilch und käse und fisch und so weiter die von aus zellen hervorgebracht werden wo mit einem tier nur kurz in den hintern gepikst werden muss und dann kann man sogar das exakt gleiche produkt konsumieren das ist noch nicht ganz marktreif zumindest noch nicht in europa aber auch das wird den markt revolutionieren weil selbst menschen die sich super krass auf fleisch verfestigen und auch da weiter konsumieren wollen können da dann halt auch irgendwann die leidfreie alternative wählen insofern ist in den letzten neun jahren unfassbar viel passiert manchmal habe ich das gefühl immer noch nicht genug also ich war gerade vor ein paar wochen im urlaub in der normandie und da gab es außer in den bio läden gab es null veganen null 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 die menschen haben alle muscheln gefuttert wie es zum geht nicht mehr und da hatte ich das gefühl vegan ist ja noch gar nicht angekommen aber auf der anderen seite es entwickelt sich so rapide und dadurch dass auch größere firmen da immer mehr einsteigen und dadurch dass der druck auch wächst dass wir was machen müssen glaube ich dass da noch ziemlich viel passieren wird weil das ist natürlich immer einer der kritikpunkte auch so an rügenwalder dass man halt einfach sagt naja die haben ja immer noch tierische produkte im programm das geld was sie mit den veganen produkten verdienen investieren sie unter 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 umständen darin im ausland noch mehr fleisch also tierische produkte zu verkaufen aber wir können natürlich auch nicht vergessen dass durch solche firmen gerade im discounter bereich es immer einfacher wird für immer mehr menschen solche produkte zu testen und zu konsumieren ja also es ist definitiv keine einfache diskussion es hat auch sehr viele graustufen weil natürlich das total dämlich dass rügenwalder kleinere firmen pioniere und pionieren des ganzen wie lord of tofu zum beispiel auch aus vielen regalen gedrängt hat auf jeden fall das ding ist dass der vegane markt nur zu einem gewissen teil von vegan lebenden menschen geprägt wird er wird zum größten teil von nicht vegan menschen geprägt die zwischendurch mal vegan essen und gerade eine firma wie rügenwalder die halt ewige tradition hat und wo der name in deutschland tradition hat und wir deutschen denken ja irgendwie doch sehr traditionell erschreckenderweise auf diesen marktnamen vertrauen die leute dann und wenn die dann mit einem veganen schnitzel rauskommen denken die leute rügenwalder die machen schon gute sachen dann kaufe ich mal ein rügenwalder schnitzel was vegan ist oder schmeckt ja und dann ist es an vegan zu essen erstaunlich wie viele leute die von denen ich weiß dass sie nicht vegan leben mir aber erzählt haben wie gut ihnen die vegane leberwurst von rügenwalder geschmeckt hat ja wo du dann sagst naja gut sie müssen sie ja irgendwo probiert haben sie müssen einmal zu diesem produkt gegriffen haben und das macht natürlich schon mal einen unterschied total und ich habe auch mit vielen leuten schon gesprochen die sagen ich esse weniger fleisch oder kaum fleisch zu hause und ich esse zu hause gar kein fleisch mehr nur noch auswärts und das sind all diese produkte die es halt einfacher machen für menschen die sich sonst nicht damit auskennen die einfach nur ein produkt kaufen wollen weil letztendlich ist das auch nicht optimal gesund optimal gesund ist eine vollwertige pflanzliche ernährung die nicht aus schnitzeln besteht sondern eher aus bohnen patties aber viele leute wollen nicht unbedingt bohnen patties essen insofern sind das halt alles zwischenschritte naja manchmal schmecken dann sogar die veganen produkte wie du gerade schon gesagt das sogar besser als die ja traditionellen omniprodukte also ich kann nur sagen wer mal das magnum eis versucht hat und das ich sag mal im freundeskreis vielleicht mal untergebracht hat also ich habe leute bei mir im freundeskreis die essen jetzt lieber die vegane variante als die variante mit milch ja so jetzt müssen wir einmal eben gucken dein bild steht gerade ich gehe einmal ganz kurz auf pause so kleine technische panne behoben ich habe dann auch noch stumpf die falsche taste gedrückt ich sage ganz ehrlich wie es ist aber ja jetzt haben wir eine kleine pause gemacht und jetzt geht es direkt munter weiter aber eigentlich können wir das auch ein bisschen abschließen weil das mit dem essen für dich war dann ja klar voll und mit dem kleidung tragen und mit dem zahnbürsten und was weiß ich alles was noch zu kommt ja mit dem veganen leben genau aber du hast dann irgendwann die entscheidung getroffen du möchtest da aktiv drüber reden du möchtest da nicht nur freunde und verwandte nerven sondern du möchtest es in die welt nach nach draußen tragen ja das für dich das kam über viele verschiedene ecken eigentlich wir meine frau und ich nicole damals wir sind nach xanten gezogen ziemlich in die nähe von der holländischen grenze wo es irgendwie ein vegetarisches restaurant gab und sonst auch nix und irgendwie waren wir eh auch in seinem punkt wo wir dachten irgendwie muss es doch mehr vegan geben und dann sind wir beim in krefeld beim damals unterwegs heute bei der fetten beete vorbeigegangen weil wir einen döner kaufen wollten endlich mal ein veganen döner probieren wollten und die haben damals ihren food truck verkauft und den haben wir dann einfach gekauft weil wir dachten hey was warum eigentlich nicht und dann haben wir den wunderwagen eröffnet beziehungsweise nicole hat ihn eröffnet ich habe nur mitgearbeitet und dann haben wir zwei jahre lang veganen imbisswagen gehabt und sind damit durch die welt getingelt haben festivals gemacht haben den wochenmarkt gemacht auf dem land und haben festgestellt auch die leute auf dem land wollen vegan essen das ist nur deutlich schwerer an sie ranzukommen den haben wir zwei jahre gemacht und irgendwann hatte ich dann aber aus anderen beruflichen richtungen kam dann der ruf dass sich andere jobs machen kann vor allem regie und letztendlich ist es sehr viel arbeit für sehr wenig geld zu einem imbisswagen zu betreiben und haben wir gesagt okay es ist einfach ökonomischer wenn ich diese andere arbeit mache und dann fehlte mir aber dieser aktivistische teil und dann kam irgendwann bei facebook der aufruf von der veggie world von der großen vegan messe dass sie einen podcaster suchen und ich dachte okay ich bin synchron schauspieler nicht das passt mir die faust aufs auge also mache ich das doch einfach mal und daraus wurden dann dreieinhalb jahre podcast hosting das habe ich bis ende 2020 gemacht und war sehr sehr happy damit und ich glaube 178 folgen haben wir gemacht und ich habe zig leute interviewt habe ich mit zig menschen angefreundet und das war fantastisch weil ich einfach diese welt sehr aktiv kennenlernen durfte ich habe interview führen gelernt und habe gelernt wie man noch besser zu gehört und habe großartige freundinnen und freunde gefunden und ja und danach dadurch auch habe ich gelernt ich will irgendwie will noch mehr machen ich habe zwischendurch stand-up comedy gemacht auf der bühne und habe da veganes kabarett gemacht ein halbes jahr lang dann habe ich angefangen vorträge zu halten das hat sich jetzt über die letzten zwei jahre so ein bisschen wenig ergeben weil natürlich keine veranstaltung stattfanden aber habe ja jetzt auch über ich glaube anderthalb oder zwei jahre habe ich angefangen vorträge zu halten die angelehnt waren an den vortrag der mich damals vegan gemacht hat aber der letztendlich noch so ein bisschen mehr diesen countdown in den vordergrund gestellt hat wo wir eigentlich so stehen mit unserer umwelt und warum wir alle jeden tag etwas machen müssen damit wir die welt nicht in den abgrund fahren und ja das hat mich sehr das hat mich als person total geprägt dass ich die verantwortung irgendwo sehr für mich als einzelperson auch was zu tun für die welt weil ich in der privilegierten situation bin dass ich die zeit habe dass ich genug geld habe dass ich nicht nur arbeiten muss und keine freizeit habe um was zu tun und dass ich menschen erreiche dass man mir anscheinend irgendwie auch zuhört und das ist ein großer spaß gewesen und auch eine große freude das unter die leute zu tragen ja aber bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen darauf eingehen was du da eigentlich alles gemacht hast ich meine die die jetzt nicht irgendwie irgendwo in der wohnung rumspielen und uns im hintergrund hören sondern die gerade dein gesicht gesehen haben in dem moment wo du erzählt dass ich habe so unheimlich viele leute kennengelernt ich habe mich vernetzt ich habe freunde gefunden da war so eine begeisterung ist es genau das was es was es braucht die die babbel größer zu machen nicht mehr das gefühl zu haben ich bin der eine die eine die jetzt anders lebt die von allen leuten angeguckt wird die sich immer wieder rechtfertigen muss ist das nicht ist aber unsere unsere große aufgabe auf jeden fall auf jeden fall also es geht vor allem darum menschen zu informieren weil bildung der einzige weg ist wie wir das ganze noch rumreisen können weil wir einfach die informationen sind da ich meine auch die informationen über den klimawandel sind seit 40 jahren da es geht nur darum dass man menschen informiert und auch beim tierrecht und all diesen themen die mit veganismus zusammenhängen beim menschenrecht und all diesen dingen da geht es nur darum dass man diese informationen weiter trägt und auch gleichgesinnte trifft es hat unglaublich bestärkenden effekt auf mich gehabt zu sehen wie viele menschen sich dafür einsetzen und wie diverse menschen sich auch einsetzen dafür ich meine ich habe auf einer bühne gesessen für einen talk mit einem der mit einem koch mit berliner schnauze der früher 150 kilo gewogen hat und bauarbeiter war und eine frauenrechtlerin und einer tunesischen drag queen und die sind alle veganen und die sind haben sich setzen sich alle für für eine bessere welt ein und dass alle auf der art und weise und das ist großartig und diese vielfalt an menschen zu sehen und wer sich alles dafür einsetzt und und auch das potenzial der verbesserung zu sehen das hat mich sehr bestärkt da weiter zu machen zum beispiel das sind wir beide gerade ein perfektes beispiel wie divers eigentlich die vegane bewegung ist aber wie viel sie doch von weißen männern von weißen hetero männern repräsentiert wird in der öffentlichkeit das ist zum beispiel potenzial wo wir uns definitiv noch verbessern müssen einfach nur damit sich die menschen auch repräsentiert fühlen damit sich alle angesprochen fühlen damit sich auch alle gehört fühlen und gerade ich meine weltweit besteht die vegane bewegung ist 70 bis 80 prozent frauen aber auf den bühnen stehen weiterhin vor allem männer und das war für mich auch noch mal immer eine bestärkung für den podcast andere menschen vor das mikro zu holen und zu schauen wer ist denn noch alles da und wer hat vielleicht noch nicht so eine plattform und das ist was wo wir glaube ich uns auch so langsam aber sicher weiterentwickeln aber vernetzung ist das a und o ich habe immer gesagt die veganen mafia wir müssen halt zusammenhalten wir haben unterschiedliche ansätze und auch manchmal sehr unterschiedliche meinungen auch wie die dinge angegangen werden müssen und auch in der tierisch szene ist manchmal ganz schön rabatt aber letztendlich streiten wir alle für eine bessere welt und deswegen hoffe ich dass da auch in zukunft noch weiter vernetzt wird aber das ist wunderbar gesagt also kann man nicht schöner sagen aber genau dafür steht halt auch dieser podcast möglichst viele unterschiedliche menschen aus unterschiedlichen bereichen zu porträtieren um dann halt zu zeigen ja wir kämpfen alle für die gleiche sache ja da muss ich dir jetzt eine sehr unbequeme frage stellen letzte woche wurde sie mir gestellt und ich weiß wie unangenehm sie eigentlich ist aber heute stelle ich sie dir dreieinhalb jahre veggie world podcast unheimlich viele interviews was waren die highlights was waren die menschen die dich am meisten beeindruckt haben gibt es da war es wo du sagen kannst und das war noch mal so eine nummer ich weiß nicht kann man die podcast folgen alle noch hören sind die alle online alles online auf jeden fall dann warum ist das nur eine unangenehme frage ich finde die frage sehr angenehm okay highlights denken das ist großartig ja aber highlights heißt ja immer so ein bisschen nein zum einen war waren viele podcasts auch für mich überraschungen wo ich teilweise dachte okay ich interviewt diese eine person die finde ich eigentlich gar nicht so spannend aber dann ist das interview mega spannend geworden was mich einfach sehr geprägt hat waren manche menschen die jetzt wirklich guten freunden und freundinnen geworden sind lulu hen zum beispiel sind tierrechtsmusikerin diese unglaublich gute freundin geworden solche sachen bleiben natürlich bei mir sehr als highlights oder alex flor mit dem ich sofort seine what's panzer terence hill dynamic irgendwie von mir und ich kannte ihn gar nicht und nach dem interview waren wir beide schon irgendwie buddies das war super gut das war natürlich persönlich highlights das sind jetzt nur zwei beispiele und zahlreiche wo ich mit am meisten gelernt habe war definitiv mein interview mit josefina praku die sich vor allem auch eben mit rassismus kritik auseinandersetzt und die mir so die augen geöffnet hat was eigentlich noch in dieser vegan szene passieren muss und was auf der welt passieren muss und das veganismus eben auch daran arbeiten muss besser zu werden und nicht einfach nur zu sagen okay wir essen jetzt alle keine tiere mehr jetzt alles gut sondern dass auch wir in uns allen 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 egal wie wir uns wie wir denken dass wir sind das sind uns allen rassismus drin steckt und dass wir alle immer daran arbeiten müssen besser zu werden das hat mich extrem geprägt annalena klapp hat mich sehr geprägt mit frauenrechten und feminismus und was für mich auch ein ein großes highlight war waren die panels die wir hatten die diskussionsrunden die wir dann ins leben gerufen haben wo dann verschiedene meinungen ein bisschen ausgetauscht wurden das auf jeden fall und ansonsten rein wissenstechnisch muss ich muss ich an nico rittenau weitergeben der ich glaube in der dritten folge schon da war und dann noch fünf sechs mal ich habe seine beiden hörbücher jetzt auch gesprochen das zweite kommt jetzt irgendwo demnächst raus das hat mir einfach ernährungstechnisch komplett die augen geöffnet weil ich dachte ich weiß was über ernährung aber auch da pustekuchen und das hat mich sehr geprägt aber auch keine ahnung jahrhundert acht also macht man da deine überraschung ich meine du hast es jetzt gerade eingesprochen das glaube ich noch gar nicht so eine überraschung war zum beispiel von boutique vegan die die leiterin boutique vegan gibt es leider nicht mehr diesen bankrott gegangen habe ich oder insolvenz gegangen aber die die leiterin miriam die ich dachte das wäre so okay ich interview jetzt mal eine firmengründerin spannend aber das waren drei stunden interview über allein ihren lebensweg über verschiedene kontinente und die sprachen die sie gelernt hat und 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 welchen welche herangehensweise sie dann plötzlich an veganismus hatte und ich weiß schon wieder ganz viel von dem gespräch nicht mehr weil ich so viele gespräche hatte aber das war auf jeden fall eine große große überraschung für mich und und ehrlich gesagt auch dass immer ein interview mit vegan ist ungesund weil ich mich gerade mit dem ajosha sehr angefreundet habe auch und ich dachte wäre einfach oberflächlich und dämlich ist doch sehr nett aber ja also ich glaube das waren so die dinge und ansonsten ich habe einige recherche folgen gemacht das waren meine highlights des bösen sage ich mal weil ich da auch in themen reingehen die einfach wehtun wie pferde farmen in südamerika wo pferde für ihren urinstoff oder für ihr blut gehalten werden was dann bei uns in medikamente reinkommt oder in medikamente die schwein gegeben werden damit sie gleichzeitig erträchtig werden oder die fischindustrie das ist ein thema für mich fische werden so oft ignoriert weil sie einfach keine stimme haben oder zumindest keine für uns hörbare seaspiracy hat zumindest einiges jetzt daran geändert aber das waren für mich auch immer so augenöffner wo ich dachte was kann nicht wahr sein wir werden diese auswahl an folgen natürlich unten verlinken wir werden das in die show notes mit reinpacken und es gibt viele leute die einfach ich empfehle es euch fangen einfach am anfang an ein paar sachen sind nicht mehr ganz aktuell ein paar tipps sind nicht mehr aktuell und ich habe bei manchen sachen dazugelernt die folge über honig zum beispiel würde ich heute anders machen weil ich auch mit einigen imkern gesprochen habe aber aber ja hört einfach rein ich finde es macht bock wir haben allerhand auch an verschiedenen formaten irgendwann ausprobiert die herd geflüster formate zum beispiel irgendwann haben wir dann zusammen gekocht und haben rezepte online gestellt gleichzeitig und haben gleichzeitig über wichtige themen gesprochen es hat sehr viel spaß gemacht und ich glaube das hört man auch das werden wir auf alle fälle wie gesagt unten mit reinpacken aber gerade noch mal zur frage du hattest gesagt du hast das hörbuch von nico eingesprochen und hast dabei viele gelernt du hast gedacht du wüsstest schon viel aber auch da hatte ich einiges überrascht ich mein erst mal bin ich sehr froh dass du das hörbuch sprichst ich schätze ihn ja sehr aber das ding ist ich hatte meine probleme mit diesem hörbuch oder mit beiden hörbücher beim zweiten was besser weil es in nikos sprachrhythmus geschrieben ist das heißt werden nico ritten auch schon mal gehört hat weiß der mann benutzt unglaublich lange sätze die auf 0,3 sekunden zusammenpressen kann aber ich spreche nicht so schnell vor allem aus dem grund weil ich möchte dass menschen verstehen was da gesagt wird und dementsprechend wusste ich dann teilweise nicht mal mehr wo ich atmen soll weil es sätze gab die haben sich über einen ganzen absatz gestreckt die waren sieben acht neun zeilen lang und habe gedacht was was ist das was ist das für ein satz also ja es war herausfordernd aber was ich da gelernt habe war definitiv noch mal irgendwie einfach die 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 macht der vollwertigen ernährung wo ich mich jetzt auch noch mehr versuche daran zu halten einfach zu sehen wie wichtig sind einige nährstoffe und wie wichtig das ist und wie viel wir damit machen können dass wir einfach uns aus vollwertigeren lebensmitteln ernähren ganz einfach unser paar ich habe so ein paar irgendwie so zufällige dinge die dann manchmal so hoch schießen wenn jemand irgendwas zu b12 fragt oder irgendwie zu bestimmten nährstoffen dann schießt irgend so ein irgendwie so ein informations bit wieder hoch aus dem hörbuch und ich kann es irgendwie zitieren und weiß nicht woher es kam aber insgesamt habe ich schon wieder große ich schaue dich jetzt an und ich stelle mir jetzt gerade vor dass so ein kleiner nico auf deiner schulter sind in dem moment wo du dann die frage beantwortet ist flüstert er dir jetzt quasi nur weil du es halt einfach hörst ja großartig was was er auch da auf die beine stellt du hast sehr sehr viele unterschiedliche projekte gemacht ja dass das größte sicherlich war es von 2017 bis 2020 du hast es gerade gesagt diese podcast reihe war war vielleicht im bereich aktivismus vielleicht das größte in form vom längsten aber ich könnte mir vorstellen da gibt es eins was vielleicht noch größer war leute die mimik und gestik richtig in der tat da kann ich noch nicht super viel darüber sprechen aber wir nähern uns langsam der vollendung endlich ich arbeite nämlich als post production supervisor nennt sich das und als schnitt mensch mit meister oder cutter im englischen heißt es editor für die vegane doku serie planet wegen da arbeite ich jetzt seit 2019 dran die wird 2018 angefangen zu drehen der regisseur ist james hut ein amerikaner den ich kennengelernt habe auf einer demo und dann kamen in kontakt und jetzt sind wir schon seit 2020 eine kleine auszeit genommen aber wir sind jetzt mit einem kleinen team von fünf leuten ungefähr daran die weltweit erste vegane doku serie zu machen fünf folgen sind und das umfasst auch sämtliche themen von fleisch über milch über ernährung und sport und dann zwei folgen über aktivismus und das sind insgesamt gut viereinhalb stunden um den dreh und da sind wir jetzt letzte woche mit dem schnitt so weit fertig geworden dass wir bis ende des jahres auf jeden fall versuchen an netflix zu pitchen unsere zeichen stehen ganz gut aber wenn wir es schaffen dann sind wir die weltweit erste vegane doku serie und das wird ziemlich spannend die dann in mehreren sprachen wahrscheinlich verfügbar sein wird sowas wenn netflix das kauft das steht wie gesagt noch in den sternen dann wird es in einigen zig ländern weltweit verfügbar sein und wahrscheinlich auch auf allen gängigen sprachen genau und das ist so das ding das ist das komische an diesem beruf auch an dieser vielseitigkeit meines berufes ganz viele sachen die ich mache sind total unterm radar seitdem ich den podcast nicht mache nicht mehr machen besonders weil beim podcast war ich einmal die woche online einmal die woche haben die leute mich gehört aber seit einem jahr ist das nicht mehr so und gerade bei planet vegan da fragen sich die leute seit zwei drei jahren wie essen das jetzt ist das jetzt endlich fertig und es ist schwer klar zu machen dass selbst für eine 90 minütige doku game changers zum beispiel die letztes jahr oder vorletztes jahr raus kam da haben die leute ich glaube neun jahre dran gesessen die haben dreimal komplett neu gedreht und das ist ein 91 minüter das ist pille palle gegen das was wir machen was wir haben wirklich fünf geschichten und und hunderte von stunden an material ist und glaube ich 14 oder 15.000 gigabyte an material was wir haben und ja daraus mussten wir dann story bauen und das ist halt geschichten von rund um der welt also da sind geschichten aus australien aus bali aus amerika europa leider nicht aus russland nicht aus afrika aber wer weiß ob es staffel zwei gibt aber ja es ist auf jeden fall sehr umfangreich und niemand weiß großartig was drin vorkommt bisher weil es bisher einen trailer gab und wir haben zwei folgen 2009 10 in berlin gezeigt wenn er premiere aber ja da ist einiges in petto auf jeden fall und das wird glaube ich noch deutlich größer als der wettbeword podcast auch wenn ich mit dem wettbeword podcast wie ich immer sehr stolz sage 22 downloads aus ruanda hatte und einige hörer innen aus neuseeland aber ich glaube der die planet wegen des projekt wird groß ja dann muss ich aber noch mal fragen dann nehmen uns noch mal mit zu der arbeit die du da gemacht hast was was können wir uns darunter vorstellen du hast es ja gerade schon ja angeteasert wie man wie man deinen job in diesem bereich bezeichnet aber wie sieht deine arbeit aus was was konntest du beisteuern also der regisseur james der ist eigentlich kein filmmacher der war hochzeits- und eventfotograf vorher und hat dann einfach so mir nichts dir nichts beschlossen dieses projekt zu starten und dafür dass er null vorerfahrung hatte ist das wahnsinnig gut geworden und er wurde auch immer besser letztendlich ist aber ohne plan losgezogen hat gesagt okay ich mache ungefähr diese themen ich gehe auf mahnwachen ich gehe auf dem muss ich interview ärztinnen und ärzte und sportler in aktivisten alles mögliche und am schluss hat er einfach einen gigantischen batzen material und keine ahnung was er damit machen soll und wusste auch nicht wie er schneidet weil er noch nie in seinem leben wirklich was geschnitten hat und ich habe mich letztendlich aktiv darauf beworben das zu schneiden habe 2019 auch das ganze jahr fast ausschließlich damit zugebracht die ersten zwei folgen zu schneiden und dann haben wir noch einen zusätzlichen cutter alex mit ins team genommen ich habe mir auszeit genommen weil ich mich richtig hart überarbeitet habe in diesem jahr und bin jetzt dieses jahr wieder eingestiegen erst in der koordination dieses post production supervisor ding bedeutet nichts anderes als dass ich schaue was müssen wir machen bis wann müssen wir es schaffen und wie können wir diese geschichte bauen bin dann aber mitte des jahres auch als cutter wieder eingestiegen um aktiv mit diese folgen zu gestalten da geht es wirklich darum du hast pro folge zehn interviews zum beispiel jedes interview dort eine stunde und du hast ganz viel material dazwischen und daraus muss jetzt bitte eine story bauen wie verbindest du diese elemente wie kommst du von ärztin a zu aktivist b wie kannst du diese blöcke miteinander verbinden und wie welches material schneidest du darunter damit es nicht nur interviews sind wie funktioniert das ganze eben auch als geschichte wie können wir menschen emotional mitnehmen welche musik nehmen wir all diese dinge und das ist letztendlich die arbeit eines cutters und das passiert in sehr sehr viel kommunikation mit james dem regisseur mit dem anderen cutter alex wir haben wöchentliche oder zwei wöchentliche meetings gehabt jetzt zur abgabe die wir hatten tägliche meetings und täglich neuen schnitt raushauen sehr arbeitsintensiv sehr langwierig weil einfach so viele minutiöse entscheidungen so großen effekt haben können ob das jetzt ist dass man alle arms und arms rausschneidet aus einem interview oder ob das ist dass wir eine bestimmte aussage vor ein bild oder hinter ein anderes bild schneiden das ist ein sehr kreativer prozess und sehr anspruchsvoll und eben auch sehr langwierig ja es klingt sehr sehr spannend und ich freue mich also riesig auf die serie und na gut wenn man so guckt was netflix sonst so schon in dem bereich rausgehauen hat wie viel wirklich gute dokumentation es zum thema ernährung und auch fair trade et cetera umwelt es bei netflix gibt mich natürlich sehr sehr gespannt ich kann mir das da an der stelle ganz gut vorstellen die daumen sind natürlich gedrückt das wäre natürlich sehr sehr schön aber wenn wir jetzt an diesem punkt sind dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen denn wie qualifiziert man sich dafür kata für so ein großes projekt zu werden du hast also ich meine okay setzen wir es anders auf du hast eigentlich mal du hast vielleicht irgendwann was vernünftiges gelernt nie ich habe schauspieler gelernt also definitiv was unvernünftiges ich habe 2006 meine schauspiel ausbildung angefangen in köln und habe die 2008 abgeschlossen bin seitdem vor allem war vor allem mein bruderwerb schauspieler wobei ich auch jahre gebraucht habe bis ich mich davon ernähren konnte wie das so ist bin 2011 zu 12 vor allem ins synchronen business gerutscht das heißt vor allem die arbeit vom mikro hat mir sehr viel spaß gemacht und seit 2016 mache ich vor allem regie das heißt ich sage anderen leuten wo es lang geht wie bestimmte sachen gesprochen werden sollen mache vor allem videospiele für videospiele regie aber meine große liebe war schon immer film und geschichten erzählen und deswegen habe ich auch schon direkt nach der schauspielschule angefangen regie zu führen für kleine projekte für kleine werbespots für musik videos und so weiter und so fort habe auch angefangen zu fotografieren wenn man schauspieler ist und tausend andere schauspieler in kennt ist das einfach dann zu sagen hey ich mache für meine kollegin einfach mal porträts oder was auch immer da bin ich so ein bisschen in die film schiene gerutscht und habe das ganze stück für stück so ein bisschen professionell professionalisiert ich bin jetzt immer noch keine ganz große leuchte aber ich habe dadurch dass ich nie das geld hatte um andere leute zu bezahlen mir ganz viel einfach beigebracht weil ich es auch spannend fand und deswegen habe ich mir irgendwann beigebracht zu schneiden oder beigebracht kamera zu machen und solche sachen podcasten konnte ich auch nicht das habe ich mir auch beigebracht letztendlich und irgendwann hatte ich so viel erfahrung mit kurzfilm und musikvideos und co dass ich gesagt habe diese doku serie klingt super spannend ich habe das noch nie gemacht aber ich habe so bock darauf und das ist mir so wichtig dass dieses projekt das licht der welt erblickt und dann hat james mir einfach vertraut dass ich das hinkriege und ich hatte sehr viel glück dass er das gemacht hat und ich bin definitiv daran gewachsen habe unfassbar viel gelernt eigentlich wäre man wahrscheinlich irgendwie mediengestalter für bild und ton oder sowas um sowas wirklich zu lernen und würde es mit sicherheit auch professioneller machen als ich aber ich habe unglaublich viel struktur auch dadurch gelernt unglaublich viel gelernt wie man pläne macht listen macht und und auch noch besser gelernt wie man geschichten erzählt denn geschichten erzählen und schreiben und regie führen das fließt alles irgendwo auch ins schneiden hinein filme machen ist halt insgesamt geschichten erzählen und dadurch dass ich eh schon andere aspekte des geschichten erzählen als beruf habe ob das jetzt sprechen oder schauspiel oder regie oder schreiben oder kamera machen ist fließt das alles oder rein und letztendlich dadurch dass ich seit kindheit ein film nerd bin vor dem herrn konnte ich davon auch sehr viel ziehen letztendlich aber ich glaube da ist es wahrscheinlich auch sehr gut gewesen dass du selber vor der kamera gestanden hast dass du erfahrungen gemacht hast mit unterschiedlichen menschen die regie geführt haben so dass du da natürlich sehen konntest wie wie läuft es was bringt dich weiter was was hilft dir deine rolle entsprechend auszufüllen um doku ist anders ich glaube ja wenn es wenn es ein erzählfilm jetzt ein narrativer film wäre ja aber so hat mir das die schauspielerei gar nicht so viel weiter geholfen sondern er wirklich auch dass selber filme machen okay du von mindestens einem film weiß ich nämlich du hast das musikvideo von lulu gedreht oder regie geführt ja und gedreht glaube ich richtig ja ja genau ich das ist das ding ich habe lulu halt beim beim podcast kennengelernt ihre schwestern ist mittlerweile habe ich auch kennengelernt sind auch absolut großartig die hast du auch schon interviewt die verrückten händschwestern und dann habe ich gesagt du lulu ich finde es cool was du machst ich finde ich als mensch großartig lass mal was zusammen machen und jetzt seitdem haben jetzt schon zwei musikvideos gemacht ich hoffe wir machen alle musikvideos zusammen das würde mich sehr ehren hätte ich sehr viel spaß dran das sind halt immer dinge es gibt projekte die man für kunden macht und kundinnen die haben dann meistens die kohle und es gibt die persönlichen projekte ja meistens keine kohle da zählten bisher diese musikvideos zu aber das ist einfach ein herzensprojekt und gerade für tierrechtsmusik gibt es einfach noch viel zu wenig auf dem markt und da freue ich mich sehr dass lulu da so mutig ist um da ihre stimme zu erheben und das auch so schön art und weise ja gut ich habe letzte woche mit ihr noch geschrieben und da war sie gerade im studio und sie hat dann bei instagram dann ja auch gepostet naja sie müsste jetzt auch mal was anderes machen um ein bisschen geld zu verdienen damit mehr geld was sie verdient hat sie dann wieder die chancen auch wieder mehr im bereich aktivismus zu machen und so hängt das alles zusammen und so drücken wir hier natürlich die daumen aber ich gebe dir recht alle drei händen damen lulu sophia melena alle drei großartig und du hast sophia melena auch selber für eine eigene podcast serie video podcast interviewt stimmt ja ich habe anfang des jahres habe ich einen eigenen podcast ins leben gerufen fragen über fragen weil er so ein bisschen über das thema veganismus hinausgehen sollte gibt es bisher erst vier folgen von weil ich über den sommer sehr wenig zeit hatte und so ein video podcast wie du vielleicht auch weißt sehr viel arbeit ist und ich habe auch die blöde idee gehabt das ganze auch noch irgendwie mit zwei kameras zu machen und vor ort zu sein und nur leute vor ort zu interviewen und auszuleuchten und bla 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 ich sollte es vielleicht ein bisschen unaufwendiger machen das ist generell ein problem von mir ich mache sachen zu aufwendig das ist immer mein problem gewesen aber ja das war großartig ich habe vier folgen gemacht mit den beiden über über werbung und darüber welche klischees eigentlich in der werbung so existieren und ja und das ist echt schön also es ist auch cool einfach einen eigenen podcast zu haben ich wünschte ich hätte irgendwie mehr zeit gleichzeitig habe ich aber auch über das jahr gelernt und lerne konstant wie wichtig fokus und priorisierung ist und es geht nicht immer alles und ich habe den podcast allein auch schon weiter geführt weil podcasten mir so spaß gemacht hat aber natürlich kann dann irgendwie auch immer corona dazwischen und lockdown und all diese sachen mal sehen wie es damit weitergeht ich mache mir da keinen druck ich möchte auch nicht irgendjemandes erwartungen erfüllen aber die folgen die existieren sind auf jeden fall zu empfehlen sind etwas länger als man sich sonst so video podcast wahrscheinlich vorstellt viele leute gucken ja nichts was länger als drei minuten ist aber sie machen sehr viel spaß und das ist das problem mit dem wir zu kämpfen haben also ich glaube jetzt gerade die folge mit der saskia da war es bei mir eine stunde 55 aber hey die ich sage immer die die schauen wollen die schauen sich an und die dies halt nicht schauen wollen die werden auch die drei minuten nicht gucken also von daher ist das schon ganz in ordnung und die unterschiedlichen kommentare die man bekommt die einschreiben macht ein bisschen länger da haben wir davon und letztendlich was was bei fragen über fragen ganz cool ist die leute die sich nicht anschauen wollen was ich total gut verstehen kann es gibt den podcast auch bei spotify zu hören das gibt aber die tonspur zu hören und dann können die leute das auf dem fahrrad oder beim joggen oder was einfach anhören genau da über so ein format denken wir auch noch nach aber das ist ein bisschen zukunftsmusik aktuell bist du aber wieder an einer anderen front unterwegs du richtest dir gerade dein fotostudio ein richtig magst du da mal ein bisschen erzählen was so im moment für dich gerade ansteht ja es wird nie langweilig ich habe jetzt seit dem ersten oktober mein eigenes fotostudio in den anliegenden räumen zur fetten beete dem hervorragenden veganen restaurant hier in krefeld dem restaurant von meiner freundin jesse und das ist sehr praktisch zum einen weil wir uns dadurch mehr sehen und zum anderen weil wir auch gemeinsam das erste kochbuch von der fetten beete fotografieren werden denn abgesehen von der porträt fotografie habe ich mich letztes jahr dann auch noch in food fotografie verliebt und ich liebe es jetzt essen zu fotografieren ich jetzt nie gedacht weil ich dachte essen mehr zu langweilig weil man nicht mit ihm reden kann aber es macht sehr viel spaß und ich male gerade hintergründe für kochbuch fotografie und sowas und mache natürlich auch porträts jetzt gerade heute war ich beim bernsteinzimmer der veganen schokomanufaktur habe für die fotos gemacht es ist es ist so eine sache es ist immer der das verbinden element des geschichten erzählens und wenn es geht irgendwie das aktivismus über essen fotografieren ist halt auch irgendwo aktivismus möglich aber ja es ist bei mir dann doch irgendwie immer was anderes immer unterschiedliche sachen machen ich schreibe auch wieder an geschichten ideen und solche sachen und versuche gerade zum einen wieder ein bisschen mehr freizeit zu schaffen nachdem ich jetzt in sehr vollen dankbarerweise einen sehr vollen sommer hatte sowohl mit planet vegan als auch mit regie aber ja ich freue mich sehr was da so in zukunft an fotoprojekten auf mich zukommt aber ist es genau das was du brauchst diese mischung aus aus allen voll ich glaube das war auch ein teil weshalb ich damals schauspieler geworden bin ich habe mir verschiedene berufe angeschaut ich wollte eine zeit lang gut ganz früher wollte ich baggerfahrer werden oder power ranger aber später wollte ich dann archäologe werden nachdem ich indiana jones fan war und habe dann immer immer gedacht war den job 40 jahre am stück auf keinen fall kann ich nicht machen und das schauspiel hat auf jeden fall für abwechslung gesorgt das sprechen sorgt definitiv für abwechslung wenn ich in einer sprachsession sowohl den edlen prinzen als auch den ogre sprechen darf aber es ist dann doch immer auch das unterschiedliche handhaben der eine job bei mir ist extrem hörlastig und sprachlastig und die anderen jobs sind extrem bildlastig so dass ich immer so eine auszeit habe von dem jeweils anderen aber alles ist irgendwo verbunden das ist sehr schön aber ja ich brauche die abwechslung total ich habe mir zum beispiel zur regel gemacht nur drei tage die woche regie zu führen auch wenn ich fünf tage die woche machen könnte aber nach fünf tage da wird mir langweilig ich bin unfassbar ungeduldiger mensch ich muss immer abwechslung haben somit kann man aber nicht wirklich sagen was dir am meisten spaß macht wirklich es ist wirklich die mischung es ist vollkommen die mischung es ist und das ist ein großer luxus dass ich das so machen darf und das habe ich auch sehr vielen menschen zu verdanken die mir das ermöglicht haben aber es ist wirklich die mischung und ich bin auch immer mehr so dass ich denke mehr menschen würde es glaube ich sehr gut tun wenn sie es können dass sie sich mehr abwechslung gönnen weil ich glaube wir sind nicht dafür gemacht 80 stunden die woche irgendwie immer dasselbe zu machen ein leben lang ich bin es definitiv nicht es gibt bestimmt menschen die sind dafür gemacht ich bin es nicht und wenn du mich an einem tag fragt sage ich dir boah fotografie ist das geilste von der welt auf jeden fall ich möchte nur noch fotografieren zwei tage später sage ich boah sprechen ist großartig und einen tag später macht regie mir wieder großartig spaß ich habe einfach das glück dass mir all diese jobs sehr viel spaß machen und deswegen ist es alles die größte liste glaube ich an an output ist aber bei dir wirklich die ich die sprecher der sprecher bereich also du hast so viele hörbücher gesprochen so viele geschichten gesprochen ist es nicht eine wahnsinnige herausforderung auf jeden fall also ich habe es geht bei mir ich bin gar nicht so der ober gebuchte sprecher ich habe jetzt erst ich glaube vier hörbücher gemacht davon waren zwei lang und die war eine große große herausforderung aber ich bin gar nicht so der hörbuch sprecher aber aber synchron also ich habe alles was du im audio bereich sie hat wo du synchron gesprochen hast das heißt ja in der tat also synchron ist eine große herausforderung und da habe ich auch schon oft anfragen gekriegt von bekannten die sagen gesagt haben ich will auch mal synchron sprecher werden was mache ich da es ist sehr viel komplizierter als viele leute sich das vorstellen du kriegst den text drei sekunden bevor du ihn sprechen musst du hörst dir einmal siehst du einmal das original an und dann sprichst du und dann musst du dich da rein fühlen während du gleichzeitig den text liest und auf die lippen guckst also es ist definitiv ein sehr anspruchsvoller job aber auch einer der sehr viel spaß macht weil es gerade in deutschland wo einfach sehr wenige dinge gedreht werden die ich cool finde es ist eine möglichkeit in produktionen und in filme reinzukommen oder serien oder computerspiele in die du niemals reinkommen würdest in deutschland ich habe in star wars spielen mitgesprochen ich habe für star wars spiele regie gemacht ich durfte die synchron stimmen von harrison ford kennenlernen ich würde niemals harrison ford in meinem leben kennenlernen aber die synchron stimme habe ich kennengelernt das war genauso geil ich durfte in dem harry potter spiel mitsprechen und und wenn du einfach sachen sagen darfst wie vorsicht da kommt lord voldemort oder daher starth vader das ist aber das geilste von der welt und aber ja es ist definitiv anspruchsvoll wo ich gerade einfach sehr viel mache ist mehr die regie dahinter für für videospiele wo ich dann die ganze story überwache und schaue dass all die wunderbaren sprecherinnen und sprecher sich in ihren rollen zurechtfinden das ist auch sehr sehr schön weil ich dann das gefühl habe ich bin auch wirklich kreativ erzählerisch noch mehr am prozess beteiligt und jetzt gerade lustigerweise bin ich auch am wochenende in münchen beim bei der jahresversammlung des verbands deutscher sprecher in weil wir versuchen wollen videospiele auch als kategorie im deutschen synchron preis anzubringen weil videospiele da bisher überhaupt nicht anerkannt werden und sie erzählen aber so viele geschichten und sie erzählen auch vielseitige geschichten als wir das vielleicht noch von vor zehn jahren so hatten oder vor 15 jahren definitiv vor 20 videospiele sind mittlerweile 40 jahre alt und die können so viel und sind können uns berühren und sie können mehr als nur shooter sein und erzählen unglaublich lange geschichten also zum vergleich also einem film für seine film synchron nummer sitzt man ungefähr eine woche in der regie ich saß für das letzte große spiel jetzt ungefähr drei monate in der regie mit insgesamt noch mal drei monaten vorbereitung das sind 80 90 stunden wie dann so also werden zwar über 200 aufnahmestunden das sind 80 stunden audio drin in seinem spiel und das sind gigantische welten die da erschaffen werden und ja dass das ist was da wissen die leute nichts von dem ich als podcasters kennen aber das sind auch alles so eigenständige welten irgendwie und dass das macht für mich aber auch den reiz aus dass ich wirklich von einer welt in die nächste springen kann und ich kann im einen tag komplett darin aufgehen dass ich irgendeinen adventure regie führe und am nächsten tag ein anime spreche und drei tage später wie heute zum beispiel das neue video für eine quality einspreche wo ich seit anfang des jahres die deutsche stimme für bin und dann wieder aktivistisch was mache oder fotos für schokolade als es ja das ist wie gesagt wie die abwechslung macht klingt sehr sehr spannend kann man sagen was am was am schwersten ist weil also ich stelle mir jetzt gerade ich habe so so wie du hast gerade sagt das mit dem anime und auch wie ich computerspiele kennengelernt habe wo natürlich auch da die 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 stimme natürlich auch zu den gesicht meinen mittlerweile die computerfiguren die wir sehen sei kommen noch vom schauspieler zu unterscheiden oder es spielen schauspieler mit auch die spiele kennen wer wo oder halt wirklich den die die synchron sprechen einer einer anderen person wo ich auf die lippen schauen kann was fordert dichter am meisten also ich glaube was am herausforderndsten ist ist wirklich glaube ich da die regie weil es oft so ist bei spielen dass du das fertige skript nicht kriegst oder beziehungsweise das skript ist nicht synchron geschrieben denn normalerweise sitzt eine person da dies auf die lippen schreibt so dass ich die sprecher darüber keine gedanken mehr machen müssen das heißt wir sitzen da wir haben ein unfertiges video von schauspieler in die eine videospielszene spielen mit komischen lustigen anzügen an mit knöpfen auf dem gesicht damit das später auf die spielfiguren übertragen werden kann und dann haben wir texte die dazu nicht passen die ich dann spontan umtexten muss während ich gleichzeitig den schauspieler in sage wie sie spielen sollen und dann ist das so ein gemeinsamer erforschungsprozess wie kriegen wir diese geschichte möglichst gut erzählt und mein persönlicher anspruch ist dann oftmals da dann irgendwo noch ein bisschen humor reinzubringen oder mehr menschlichkeit reinzubringen oder irgendwie zu versuchen dass wir die deutsche version dann doch noch ein bisschen besser machen als das original oder anders machen so ein bisschen eigen machen und nicht einfach nur was nachmachen aber ja das ist definitiv herausfordernd ansonsten finde ich filme machen unglaublich schwer also ich glaube planet vegan war jetzt meine größte herausforderung die ich bisher hatte in meinem beruflichen leben einfach weil man einen gigantischen haufen an zeug hat immer nicht selbst gedreht hat wo du keine kontrolle darüber hattest und das in eine geschichte zu verpacken und das in einem konstanten kommunikationsfeedback schleifen prozess der über jahre geht da nicht den mut zu verlieren dass das irgendwann mal was wird dass das mal fertig wird und auch da werden sachen nachgedreht neu kommen neu dazu und da nicht den mut zu verlieren und zu sagen wir machen das wir schaffen dass das wird gut nicht daran zu verzweifeln und zu denken das ist alles furchtbar das ist die langweiligste doku die die welt gesehen hat und dann am ende anzukommen zu sagen das ist wirklich glaube ich glaube es ist gut was wir gemacht haben das ist die größte herausforderung diesen langen atem zu haben aber es steht noch kein termin fest zu wann wir damit irgendwie theoretisch rechnen könnten leider nicht leider nicht wir versuchen es bis ende des jahres unter dach und fach zu bringen und dann kriegen wir hoffentlich einen termin aber es ist ein langer warteprozess gewesen die leute fragen seit 2019 ich hoffe bald gibt es eine antwort ja aber der der trailer ist noch online den können wir auf alle fälle unten mit reinpacken das ist natürlich eine geschichte also auch da schaut in die show notes da steht wirklich immer viel drin und das werden wir gleich natürlich auf alle fälle besprechen jetzt bist du filmemacher und da musst du dir natürlich wahrscheinlich auch oder du schaust dir wahrscheinlich auch viele filme an und musst natürlich jetzt mit der frage konfrontiert werden welche filme aus dem veganismus heraus haben dich besonders beeindruckt gibt es irgendetwas was du empfehlen kannst oder filme wo du sagst das macht am meisten sinn den zu schauen weil das ist also ich weiß zb viele mögen erst links nicht weil er ja doch sehr kontrovers diskutiert wird dann vielleicht an einigen stellen ja halt einfach zu grausam ist und die leute schaffen es nicht den film zu gucken und wenn ich den film nicht schaffe zu schauen dann kommt vielleicht auch die botschaft nicht an was gibt es für filme die dich weitergebracht haben im veganismus wo du sagen würdest also die kannst du wirklich empfehlen ich glaube das ist eine unglaublich individuelle frage weil unterschiedliche menschen ganz anders auf filme reagieren ich konnte mir erst links nie ganz anschauen ich habe mir dominion nicht angeschaut aber ich weiß von freunden engen freunden die jahrelang also ein freund von mir hat vegane eltern und war jahrelang vegetarier und der dominion geschaut und ist dann vegan geworden obwohl er schon alle infos hatte welche filme ich sehr gut fand welche mich zu dem zeitpunkt sehr angesprochen haben als ich sie geschaut habe war definitiv conspiracy auch wenn die zahlen überholt sind und auch teilweise nicht ein bisschen hinterfragt werden sollten aber der hat mich definitiv auch erwischt und seaspiracy auf jeden fall auch super wichtig allein wegen der ganzen fische und der meere die so wichtig sind und ansonsten es gibt keine ahnung game changers hat spaß gemacht war sehr viel lustiger als ich dachte definitiv auch interessant für menschen die sich mehr auf ernährung generell und auf sport aber gar nicht mal nur für sportler in sondern für ernährungs menschen generell spannend also ich sag mal das sind so die drei die ich auf jeden fall empfehlen würde forks over knives für menschen die sich noch mehr wirklich für gesunde ernährung interessieren aus der richtung eher kommen aber für mich war tierrecht und umwelt immer so das hauptding deswegen würde ich sagen cospiracy seaspiracy und game changers sind auf jeden fall gute adressen werden wir auf alle fälle und nochmal verlinken es macht natürlich er macht natürlich halt einfach sinn für sich den film zu gucken also ich bin nach wie vor ich habe es letzte woche gesagt ein großer fan von hope for all der war mir lustigerweise deutlich zu inszeniert okay schaut und ich fand der film hat echt ein paar krasse stellen aber der war mir zu inszeniert weil mir sehr viel die musik zu zu sehr auf eine stimmung gedrückt hat und am schluss waren irgendwie alle als dann hieß alle veganen menschen machen die erde super und dann standen die leute da so zeugen jehovas mäßig irgendwie hand in hand und es war alles grün und happy und puste blumen und und friede freude eierkuchen dachte ich ich fand es schon ein bisschen schwierig als vegan lebender mensch aber menschen die halt nicht vegan sind fand ich schwierig aber da sind wir wieder beim thema alle haben ihre favoriten film ist so unglaublich subjektiv es ist vollkommen cool dass du diesen film super findest ich glaube wir alle finden halt irgendwo immer die dinger es gibt so viele leute ajoscha zum beispiel von von vegan ist ungesund der empfiehlt immer dominion ich denke boah alter dieser film ist die hölle aber diese filme müssen geschaut werden genauso wie ich animal equality videos machen wo das schlimmste video was ich je sehen konnte ist auch eine definitive empfehlung sind diese animal equality recherche videos die machen keinen spaß zu gucken aber ein teil von mir denkt auch wenn wir noch nicht vegan sind haben wir eine verantwortung das mal zu sehen wenn wir vegan sind keine frage wenn du schon vegan bist dann musst du keine schweine schlacht videos gucken keine frage aber wenn du noch nicht vegan bist und du du hast noch nie gesehen wie eine kuh ihr baby verliert oder wie kühe geschlachtet werden oder wie wie kälbchen geschlachtet werden all diese sachen oder hühner oder was weiß ich da haben wir eine verantwortung das zu sehen und das video was mich da am meisten mitgenommen hat wo ich auch nächtelang von albträumen hatte war das hunde und katzen schlacht video was ich machen musste für animal equality oder durfte weil als katzenhalter war das natürlich noch mal eine andere sache und als hunde halter weil wir da doch irgendwo anders sozialisiert sind wenn du katzen schreien hörst ist das noch mal was anderes aber ja es gibt so viele ressourcen da draußen ich meine was für eine krasse arbeit wie 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 ziehst du das durch ich habe einen trick ich gucke mir die videospur nicht mehr an ich habe den luxus dass ich das englische oder italienische oder spanische voiceover schon kriege das heißt ich habe die tonspur ich habe die timings wo ich drauf sitzen muss und dann höre ich mir nur die tonspuren ich gucke mir das nicht mehr an ich kann nicht mehr das ist zu heftig ich bin jedes mal fertig und hasse die menschheit ich raste richtig aus wenn ich wenn ich das sehe ich verstehe nicht wie wir das heute noch machen können ich verstehe nicht wie jetzt noch menschen sagen okay klar ich werde schlachter verstehe ich viele menschen suchen sich das doch nicht aus gar keine frage da sind wir wieder beim thema menschenrechte so viele menschen arbeiten unter schlimmsten bedingungen in diesen berufen oder werden als sklaven gehalten wie auf zahlreichen asiatischen fischfangschiffen aber ja ich finde es zu heftig ich kann ich kann mir so tierleit videos nicht mehr angucken habe ich meine meinen anteil daran gesehen ja aber auch da kann man im prinzip ja gordon und ajoscha noch mal ein bisschen hervorheben weil sie haben es geschafft ein video über dominion zu machen wo sie letztendlich wurde die ganze zeit nur ich glaube 20 25 menschen sie ist die sich den film angucken du siehst nur die reaktion dieser menschen und das ist ausreichend um zu verstehen dass du den film vielleicht nicht sehen muss also wir haben bei uns in der bei laufen gegen leiden haben wir so eine so eine whatsapp gruppe wo wir uns untereinander immer so ein bisschen austauschen und jedes mal wenn neuer film rauskommt oder wenn eine filmanfrage kommt da gibt es immer so ein paar die fragen muss ich den film sehen ja ja wo wir immer dann sofort schreiben nein du bist schon vegan du musst dir das nicht angucken weil wir ganz genau wissen also das sind dass das das wird viele menschen zerbrechen auf jeden fall aber absolute film empfehlung die ist nämlich auch umsonst ist das plant based symposium von nico rittenau ist auf seinem youtube kanal umsonst schon vor zwei jahren oder so rausgekommen da interviewt der nico per skype alle möglichen ärztinnen und ärzte weltweit als mit untertiteln unglaublich unglaublich sehenswert weil das noch mal detaillierter ist als ein doku dauert natürlich auch länger aber das sind wirklich ich glaube 25 einstündige interviews oder so mit all den großen namen die man sich vorstellen kann zum thema gesundheit und ernährung und das da könnt ihr unglaublich viel lernen das ist ganz großes kino das werden wir auf alle fälle unten mit reinpacken dass das das werden wir raussuchen und natürlich verlinken klingt sehr sehr spannend kommen wir langsam zum schluss aber ich muss dir natürlich jetzt die frage stellen abgesehen davon dass wir natürlich von deinem großen projekt jetzt wissen aber was was gibt es in der zukunft was können wir worauf können wir uns bei dir noch freuen wo ich jetzt mit wachsender faszination dran sitze und das ist glaube ich ein langzeitprojekt in dem momentanen klima und das meine ich sowohl politisch als auch wörtlich finde ich brauchen wir dringend hoffnung und positive bilder und das merke ich immer wieder weil ich immer wieder auch tiefs habe wo ich denke warum mache ich das ja eigentlich alles und da bin ich vor gar nicht allzu langer zeit auf ein genre gestoßen was es noch gar nicht lange gibt nämlich solar punk und solar punk ist eine positive zukunft das ist als literarisches genre entstanden wirklich als teil der science fiction als gegenbewegung zum cyberpunk wie zum beispiel blade runner oder so und solar punk zeigt eine gesellschaft die die das ruder rumgerissen gekriegt hat dies geschafft hat auf nachhaltige ressourcen umzustellen und die die welt besser denkt und das ist was was ich jetzt so ein bisschen verfolge denn es gibt so solar punk noch nicht viel es gibt eine handvoll bücher es gibt ein zwei podcasts aber das ist ein interessanter hybrid zwischen literarischen genre und bewegung es gibt es ist eine politische bewegung es sind menschen die eben aufstehen um sich einzusetzen für eine bessere welt und da möchte ich mehr hin weil es es gibt keinen einzigen solar punk film auf der ganzen welt und das habe ich noch nie erlebt dass es ein genre gibt an film was wir noch nicht haben es gibt kein einziges also es gibt es gibt noch nichts was man dazu wirklich großartig in der hand halten kann und ich glaube wir brauchen mehr positive beispiele wie wir sehen hey das ist eine zukunft die wir wirklich leben können auf die wir eine chance haben denn nur wenn wir es uns vorstellen können können wir auch dahin arbeiten und da bin ich noch nicht sicher welches medium das ganze einnehmen wird weil ich bin sowohl fasziniert von hörspielen hörbüchern und vom schreiben als auch vom filmemachen und von fotos ich denke es wird mit fotoprojekten anfangen dass ich da irgendwas mache aber es wird sich wahrscheinlich irgendwann in filmen heraus kristallisieren das ist so mein mein neues mein neuer fokus ist dass ich unbedingt solar punk in die welt bringen möchte solar weil es natürlich nachhaltig ist und punk weil es gegen das momentane establishment geht und sagt es geht so auf keinen fall weiter wir müssen was ändern und das wird mein nächstes projekt ist es noch super nebulös aber das ist es aber ich glaube es ist super wichtig weil die letzten wochen oder letzten monate die monate der wahl ja gezeigt dass gerade die grünen immer nur als verbots partei dargestellt wurden es wurde immer nur gesagt was wird schlechter was wird teurer was können wir nicht mehr machen was dürfen wir nicht mehr machen aber es wird viel zu wenig gezeigt welche chancen ergeben sich für uns welche möglichkeiten haben wir gibt es denn irgendwie immer das klingt jetzt so spannend dass ich mir natürlich vorstellen könnte dass der ein oder andere parallel jetzt schon mit dem handy wahrscheinlich schon schon bei google die solar punk eingegeben hat gibt es denn irgendwas in der richtung was du schon empfehlen kannst schwer es gibt ab märz glaube ich ein magazin solar punk magazine es gibt kaum deutsche texte dazu ich glaube keinen einzigen deutschen text es gibt also sucht einfach solar punk und schaut was ihr findet ich habe zwei drei bücher die aber auch alle eher so kurzgeschichten sammlungen sind es gibt keinen einzigen solar punk roman das genre ist so jung und gleichzeitig so wichtig also ja also es ist es ist schwer was dazu zu finden in der tat also ich empfehle da wirklich einfach die suchmaschine anzuschmeißen und zu suchen was euch gefällt sehr sehr spannend und ansonsten können wir uns darauf freuen dass du irgendwann wieder vor der kamera stehst sowieso hinter der kamera aber sowieso hinter mikrofon also und sowieso hinter der kamera ich weiß nicht ich bin momentan gar nicht so scharf darauf vor die kamera zu treten wenn dann glaube ich wirklich eher so als moderator oder host oder so ich würde mich nicht dagegen wehren eine vegane fernsehshow zu machen wenn irgendjemand anfragen sollte super gerne aber ich bin doch gerade eher darauf fokussiert mich hinter die kamera zu stellen und mehr geschichten zu erzählen auf dieser weise hoffentlich auch mehr wieder vom mikrofon das wird so ein bisschen zeigen wie viel zeit ich dafür habe okay und nebenbei im aktivismus gibt es da noch irgendwelche beiträge irgendwas wo wir uns darauf freuen können weil du hast gerade animal equality angesprochen da bist du da bist du sehr aktiv genau also alle videos die ihr dieses jahr von animal equality sehen konntet und könnt sind alle oder fast alle von mir gesprochen da kommen alle paar wochen ein neues video raus werden wir unten verlinken ja wichtig dass wir auch da die die möglichkeit haben da immer noch mal drauf zuzugreifen genau und ansonsten sollte die veggie world in münchen stattfinden was sein könnte halte ich da wieder einen vortrag zu all diesen themen über die wir heute gesprochen haben nur etwas aber okay dann wünsche ich dir für deine berufliche und für deine private zukunft alles alles gute vielen dank ich sage ganz recht herzlich dank für für die zeit die du dir genommen hast für das verständnis als es gerade mal nicht funktioniert hat klar und das ist der eine punkt den ich hier noch stehen habe den wir im vorgespräch ganz kurz angesprochen haben was waren in deinem film leben in deinem regie leben in deiner in deinem arbeitsleben so ein zwei größte fällt ihr halt auch bei dir mal passiert sind die jetzt einfach so hängen geblieben sind wo du sagst mensch das war war super lustig oder das war schon auch sehr nervenaufreibend okay noch mal 90 minuten also was definitiv hart war ich habe vor acht neun jahren habe ich einen film gedreht einen kleinen horrorfilm wo ich vor der kamera stand es war ein regie debüt von einem anderen schauspieler und da waren wir in der eifel bei nachts minus vier grad und ich hatte drei nächte nicht geschlafen und war hardcore auf red bull und habe die szene nicht hingekriegt wie der regisseur sie wollte und habe gesagt okay ich kann nicht mehr ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich kann nicht mehr und da war er ziemlich sauer das war professionellen großes fail ansonsten podcast technisch hatte ich auf jeden fall zum beispiel ein ganzes interview mit vegan ist ungesund wo dann das mikro nicht richtig steckte und alles im eimer war oder ein anderes wichtiges interview auf einer veggie world mit jan bredack dem chef von vegans eines der besten interviews was ich geführt habe wo leider das tonkabel irgendwie nicht richtig drin steckte und da gab es nur ein störgeräusch auf dem tonrekorder und das ganze interview war im eimer also ich hatte schon einige interviews die einfach komplett im eimer waren und gerade wenn es dann irgendwie so 90 minuten waren oder so wo man sich richtig zeit genommen hat und dachte das wird richtig gut das war fies richtig fies vor allem weil andere leute sich die zeit genommen haben und du dachtest scheiße ich muss denen jetzt sagen dass das nichts wird scheiße das war blöd aber letztendlich es sind alles lernerfahrung und dann auch lernt man wie man es besser macht und seitdem baue ich noch mehr auf sicherheit und speichere 1000 mal und all diese sachen also letztendlich ist es eine erfahrung aber ich habe gerade in der letzten folge nämlich von 23 meiner pannen erzählt und davon beruhigt sie mich jetzt gerade dass es auch so eine profi wie dir passiert es gibt ein lieblingszitat von mir das möchte ich dir gerne mit und euch allen fail faster also versage schneller weil jedes versagen ist an das klingt jetzt ein bisschen irgendwie persönlichkeits guru mäßig aber wir müssen einfach mehr versagen irgendwie der weg der weg zum erfolg ist von sehr viel versagen gepflastert und das ist großartig weil versagen wird wir brauchen auch die erlaubnis zu versagen ohne zu sagen nein furchtbar ich einfach egal ist alles lernerfahrung alles alles egal wir leben noch wenn wir noch genug zu essen mein papa ist immer so fragt hast du genug zu essen bist du gesund hast du ein dach über dem kopf ja okay dann ist alles gut so und dass das rückt die sachen immer sehr in perspektive wenn man weiß ja ist jetzt blöd gerade aber eigentlich ist es auch nicht schlimm schöner kann man podcast nicht beenden das ist schon das ist schon so mega positiv und wie gesagt glas ganz ganz herzlichen dank vielen vielen dank dir alles alles gute wir bleiben noch kurz online besprechen noch kurz die show notes alles alles gute und euch viel spaß bei dieser folge und natürlich bei der nächsten folge nächste woche sonntag wird es um acht uhr wieder heißt der vegane talk hier bei youtube ganz normal vegan in diesem sinne macht's gut bis dann ciao